hallo das jahresende steht bevor und ich möchte mich bei allen meinen zuschauern und vor allem bei den abonnenten bedanken dass ihr dabei geblieben seid ihr wisst ja ich lege eigentlich keine werthaft abos aber wenn ihr informiert werden wollt dass was neues da ist dann sollte ihr dann vielleicht doch mal ein abo abgeben ansonsten war ein erfolgreiches jahr 2021 ich veröffentliche auch gerne meine daten wie gesagt ich verdiene nichts an dem ganzen ich mache das just for fun und weil ich es für wichtig finde so das waren die daten ich wünsche euch jetzt noch einen guten rutsch und ein frohes neues jahr 2022 auch wenn die krise das etwas überschattet die freude am feiern und so weiter ist wohl vielen vergangen aber ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen bis zum nächsten mal